Hallo zu FriedeFrode Smartphone. Ich habe ein neues iPhone bekommen und heute zeige ich Ihnen, wie Sie sich mit dem neuen iPhone anmelden und die Daten von Ihrem alten iPhone hier überspielen. Hier ist also mein iPhone 12. Als erstes muss ich es einschalten. Dafür habe ich hier an der Seite den Einschalter. Den muss ich jetzt etwas länger drücken. Dann erscheint hier der Apfel und damit startet das iPhone. Jetzt muss ich hier die Sprache wählen. Ich nehme hier Deutsch, das Land. Deutschland ist hier schon eingestellt. Ich tippe hier einfach nochmal drauf. Damit wird die Sprache eingestellt. Jetzt gibt es hier den Schnellstart und das möchte ich machen. Ich möchte hier mein altes iPhone nutzen und damit das neue iPhone konfigurieren. Und hier wird mir jetzt auch schon konfigurieren angezeigt. Ich tippe hier einmal auf Weiter. Damit wird hier eine Verbindung hergestellt. Als nächstes muss ich hier mit der Kamera das einmal hier drüber halten. Ich mache das mal. So. Und das hat schon funktioniert. Als nächstes gebe ich hier den Code ein. Jetzt werde ich hier gefragt, ob ich die Gesichtserkennung einstellen möchte. Das möchte ich später machen. Ich tippe hier also auf Später konfigurieren. Als nächstes werde ich gefragt, ob ich die Daten von dem alten iPhone hier überspielen möchte. Ja, das möchte ich machen. Ich tippe hier also auf Fortfahren. Als nächstes muss ich die Nutzungsbedingungen akzeptieren. Ich tippe hier auf Akzeptieren. Und noch einmal Akzeptieren. Jetzt könnte ich hier noch einstellen, welche Apps und Daten überspielt werden sollen. Aber ich möchte alle überspielen. Ich tippe also auf Fortfahren. iMessage und FaceTime, auch das möchte ich weiterhin nutzen. Also auch hier tippe ich auf Fortfahren. Siri möchte ich auch nutzen. Ich tippe also auch hier auf Fortfahren. Jetzt muss ich eine Stimme wählen. Ich nehme die Stimme ein. Hallo, ich bin Siri. Wähle die Stimme aus, mit der ich sprechen soll. Du kannst sie später in den Einstellungen ändern. Und tippe hier oben auf Weiter. Jetzt muss ich einmal kurz diese Sätze nachsprechen. Hey Siri. Hey Siri, sende eine Nachricht. Hey Siri, wie ist das Wetter heute? Hey Siri, stelle einen Timer auf drei Minuten. Hey Siri, spiele Musik. Damit habe ich Hey Siri eingestellt und tippe hier unten auf Fortfahren. Dieses iPhone 12 hat nicht wie mein altes iPhone hier unten einen Homebutton. Um Siri hier zu starten, muss ich etwas länger hier auf der Seite auf die Einschalttaste drücken. Verstanden? Ich tippe auf Fortfahren. Jetzt werde ich gefragt, ob ich Audioaufnahmen teilen möchte. Das möchte ich jetzt nicht machen. Hier tippe ich auf Später. Auch die iPhone-Analyse möchte ich jetzt nicht teilen. Ich tippe auf Nicht teilen. Als nächstes werde ich aufgefordert, ein Software-Update zu machen. Dieses iPhone 12 habe ich gebraucht gekauft. Deswegen muss ich jetzt erstmal auf den neuesten Software-Update bringen. Das mache ich jetzt. Ich tippe hier also einmal auf Laden und Installieren. Jetzt wird die neue Software geladen. Danach schaltet das iPhone einmal komplett ab. Das dauert jetzt hier mehrere Minuten. Deswegen spule ich hier einmal vor. Das waren also die ersten Schritte. Als nächstes möchte ich hier meine Daten überspielen. Damit habe ich den Software-Update geschafft. Jetzt geht es hier weiter. Ich ziehe noch einmal nach oben. Gebe hier erneut meinen Code ein. Jetzt verbindet sich das neue iPhone noch einmal mit dem alten iPhone. Jetzt wird die Übertragung von meinem alten iPhone auf das neue iPhone vorbereitet. Das dauert jetzt hier wieder eine Weile. Jetzt startet endlich der Datentransfer. Auch das dauert wieder eine Weile. Und auch hier spule ich etwas vor. Damit ist die Datenübertragung beendet und ich tippe hier auf Fortfahren. Als nächstes wähle ich hier mein WLAN-Netz aus. Die Gesichtserkennung möchte ich erst später konfigurieren. Ich tippe hier also auf Später. Damit kann ich das alte iPhone schon wegnehmen. Und damit habe ich es fast geschafft. Jetzt könnte ich noch das Apple-Konto freischalten. Aber auch hier tippe ich jetzt erst einmal auf Später. Ich streiche hier einmal nach oben. Und es sieht schon genauso aus wie mein altes iPhone. Jetzt muss ich noch einmal das Apple-Konto freischalten. Ich gehe hier also auf Einstellungen. Ich gebe hier mein Passwort ein. Jetzt gibt es noch einmal die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Da brauche ich noch einmal das alte iPhone. Ich tippe hier auf Erlauben. Und jetzt bekomme ich auf dem alten iPhone einen Code. Und den gebe ich hier ins neue ein. Jetzt könnte ich gleich dieses iPhone löschen. Das möchte ich aber jetzt nicht machen. Das mache ich später. Damit kann ich das iPhone auch wieder wegnehmen. Und jetzt ziehe ich hier noch einmal nach oben. Hier bin ich auf meinem Startbildschirm. Ein paar Apps werden hier noch in Grau dargestellt. Das heißt, hier wird noch überspielt. Aber ansonsten bin ich hier mit der Einrichtung auf meinem neuen iPhone fertig. Das wäre schon mal geschafft. Als nächstes muss ich hier noch die SIM-Karte einlegen. Das einzige, was ich jetzt noch machen muss, ist die SIM-Karte hier aus dem alten iPhone rausholen. Hier an der Seite ist wie immer diese kleine Schublade. Hier steche ich mit der Nadel rein. Die Schublade öffnet sich. Da ist die SIM-Karte. Ich nehme sie hier raus. So die Schublade wieder rein. Jetzt nehme ich hier das neue Smartphone. Auch hier gibt es diese kleine Schublade. Ich tippe hier rein. Die Schublade öffnet sich. Die SIM-Karte hat diese abgerundete Ecke. Damit weiß ich, wie ich es einlegen muss. Und jetzt schiebe ich hier die Schublade wieder rein. Ich mache das Smartphone wieder an. Ziehe hier einmal nach oben. Und muss jetzt hier noch die SIM-Karte entsperren. Auch das mache ich. Tipp hier auf OK. Und damit ist hier auch noch die SIM-Karte eingelegt und entsperrt. Und hier oben an diesem Symbol sehe ich, dass meine SIM-Karte funktioniert. Damit habe ich es geschafft und ich kann loslegen mit meinem nagelneuen iPhone. Natürlich gibt es auch den iPhone-Kurs dazu. Deswegen diesen Kanal abonnieren und keine Folge verpassen. Bis dahin. Tschüss.